So eine rote Karte. Da kenne ich mich nicht so aus mit diesen Eishockey-Regeln. Ja, Picken ist, glaube ich, blöd, weil es da nicht mehr... Das ist ein Zeichen. Also die E-Teilnehmer-Virus. Ja, das ist gut. Und er führt den Buck in der Stur. Und dann ist er erschießen. Seitentausch. Ja, oder der Verteidiger erwischt den Buck. Nein, aber nach fünf Minuten nicht getauscht, oder? Ach so, genau. Aber nach links. Ja. Ja, ja. Wurde mal später für die Platte. Ja. Ja. Ja.